Hallo zusammen. Ich möchte hier mit meinem Kanal vorstellen. Ich bin der Servo aus Manavgat. Ihr kennt mich ja jetzt schon von den Videos von Sven und Tamara. Von hier aus noch mal recht herzlichen Dank an die beiden. Ihr kennt ja schon von den beiden schon ein paar Details über mich. Ich bin ausgewandert vor circa sechs Monaten, lebe jetzt hier in Manavgat und werde jetzt hier auf dem Kanal immer wieder mal ein bisschen was posten. Also Eindrücke aus meinem Leben hier, wenn ich mal Ausflüge unternehme beispielsweise oder auch Immobilienangebote werden jetzt demnächst dann auch hier gepostet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Anfragen habt bezüglich Auswanderung, bezüglich Hilfe. Ich bin hier in Manavgat vereidigt als Notar Dolmetscher und bin zertifizierter Immobilienmakler. Da könnt ihr jederzeit gerne auf mich zukommen. Ich wünsche uns allen viel viel Spaß und einen guten Content hier auf dem Kanal und hoffe, dass ihr euren Nutzen davon habt und es euch Spaß macht hier. Ich freue mich über eure Likes und über ein Abonnement freue ich mich natürlich auch. Zu meiner Geschichte, da gibt es einiges zu erzählen, da werde ich das aber dann immer wieder dann sukzessive in den Videos dann mal immer ein Stückchen davon erzählen. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, das Video und alle Details über mein Leben erzählen, sondern einfach mal kurz und knapp sagen, dass ich meinen Kanal hier mit öffne und ich große Lust habe weiterhin mit euch gemeinsam zu interagieren und ihr dürft gerne jederzeit an mich herantreten, wenn ihr Fragen habt. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß auf meinem Kanal, euer Servo Osman Avgat.